ja was wir machen hier die verletzungen die ich bei der letzten mission zugezogen habe sind immer richtig verhalten wenn es mir nicht besser geht darf ich möglicherweise bei der nächsten mission nicht mit was soll ich nur tun abhacken abhacken als ist eine logische Erklärung oh herrje wo verstecke ich dieser Depp denn jetzt schon wieder oh mann erschreckt mich doch nicht so wir spielen doch nur ein bisschen verstecken willst du den hier oh du bist ja wirklich groß geworden erst gestern gingst du mir nur bis zu den Knie Moment mal ich verwechsel dich da mit jemand anderen keiner mag mich ja und die wir spielen lauf gegen die mauer wir haben nie gesehen dass er ein Hund ist ach so laden vergessen hallo wir verkaufen hier alle Arten von Klöße Klöße Geschäft Info Klöße aus dem Klösgeschäft Klöße Betons kannst du im Klösgeschäft kaufen und im Startmenü unter Items zur Benutzung auswählen indem du diese Betons benutzt benutzt kannst du deine Werte für den nächsten Kampf aufpassen ja ja blablabla Arigato vielen vielen Dank sind wir eigentlich Harigato oder Arigato also macht man äh betont man das Ari oder das Gato keine Ahnung der Klatsch der muss auch was tolles hier haben klatschende Menschen sind immer gut diesen Laden habe ich noch nie gesehen Itemladen Kampf Items kaufen im Itemladen kaufst du Kampf Items für die Benutzung im ultimativen Abenteuer wähle im Startmenü Items Kampf Items und bestimme welche Items du benutzen willst im freien Kampf hast du diese Munkette nicht unter dem Itemladen verkauften Items sind einige die sich als Geschenke eignen viele der dort erhältlichen Geschenke Items scheint besonders bei männlichen Empfängern beliebt zu sein Männlichen Empfängern Männlichen Empfängern Bin ich schwul oder was? Bin ich schwul oder was? Das gehört mir alles? Danke schön Nenn schön Schloss dich nicht den Kopf an In diesem Dorf hält mir das auf einmal nur Ruhe von Leuten Aber das ist wohl nicht verkehrt vermute ich ja Hm? Oh wie nett Du willst nur ein bisschen mitgeplanern oder? So dumm dass ich jetzt unbedingt einkaufen muss Verschieben wir es auf einmal erstmal oder? Verpiss dich Na wenn das mal nicht Naruto ist Ich wusste ja gar nicht dass du schon zurück bist Du bist echt klasse Du bist das ist ja echt klasse Ich muss los und den anderen Jungs sagen Haha Ich habe gehört so ein dämlicher Ninja hat vor Ewigkeiten Farbe auf diese Felsen Felsporträt geschmiert Der Depp muss nur so auf So nach Aufmerksamkeit nichts haben Hehehehe Sterb 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 Ich sollte auch mal ein Ninja werden Aber wie du siehst habe ich nicht die Statur dafür Da habe ich den Plan aufgegeben Was? Du sagst es geben Ninja es mit einer Statur wie ich sie Wie ich sie habe Die Wahrheit sagst fühle ich mich wie ein Idiot wenn ich aufgegeben habe Du bist dumm Du bist dumm dumm Du bist dumm Du bist du dumm Du kannst du dir bedenken sie wurden von dir trainiert und sein unbedeutender Charakter und daher sind in den Figurchen auch immer schlechter Kuschusch 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 und ich furcht mich heute Nacht Nusser Kuh wir sind die ganz allein sein Ruhl also wenn ich ein ab und vor mal auf die Vögel zurückkommen um auf die Tiere zurück zu kommen also ich würde mir wahrscheinlich ein Tier suchen mit dem ich kämpfen könnte das stimmt voll cool was würden wir für Tiere nehmen dafür? Schrot es in die Kommentare! Wir sind schon drinnen Was ist da los? Warum sollte ich mich verändern? Bitch Schuss 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 K...Kakashi-Sensei! Waaah! Kakashi-Sensei ist überhaupt nicht verändert! Du bist auch... Also, dasselbe ist, dasselbe ist. Kakashi-Sensei, was ist das für ein Projekte? Also, was du... Naargo, und Sakura, du hast du dir die drei Jahre in diesem Jahr, und du kannst du deinem Leben gemeinsam mit dem Zuh-Tut. Und du kannst du das mitzuhören, und du kannst du das mitzuhören. Zuh-Tut? Ja. Du hast du, das, die du, die drei Jahre, die du mitzuhören, das zu einem Zuh-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut. Ah ja... Ihr seid 16! Naruto müsste eigentlich wesentlich älter sein, weil Naruto mehrmals durch die Prüfung berammelt ist. Er müsste eigentlich schon 18, 19 sein oder so. Sprechen! Hihihi! Ich weiß, dass es hart war! Weil du ja gerade erst zurückgekehrt bist, Aoki der Beste ist! Der kann mir Kinder zeigen! Oh, okay, los zeige ich euch, wie viel besser du wirklich gemacht bist! Wiek, wiek! Du bist ein Schwein, du machst oink, oink! Nicht quik, quik! Du weißt das sicher schon, aber ich tue dir keine Fehler! Geh da raus und schnapp dir die Glocken! Ha! Ha! Ich meine... Ah... Schön, ja! Ich schnapp mir die Glocken... ... von Kakashi! Ah! Ah, schön! Schnapp! Ich schnapp mir jetzt nur die Glocken von Kakashi! Mein Schnupfen breitet sich gerade wieder aus! Einfach nur, weil ich es kann! Ah! Ah! Direkt vor's Mikro! Haha! Es war jetzt gerade echt schön! Ich schnapp mir jetzt die Glocken von Kakashi! Herrlich! Ja, das haben wir jetzt alles schon gesehen! Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal... Wir haben jetzt 14 Minuten lang nichts gemacht! Dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal... Danke für all deine Zeit! WTF! Die gesamte Spielzeit liegt über 30 Stunden! Ja, das habe ich schon ein paar Folgen gemacht! Ja, als ob! Ich kann keine Doppelspringer machen! Ich bin schneller als du! Ich bin schneller als du! Oh! Geil stand! Foto, finde ich! Nein! Geiles Wurfmesser! Scheiße, das hätte ich einen geilen Witz machen müssen! Oh! die ist richtig scharfe und diese kurven so ein cooler hätte ich auch gerne da können sie machen labern es ist ja so schön zurück zu sein ich war bei der drei monatigen mission ich war drei jahre weg es ist ja labe der tritt Das war's für heute, nicht wahr? Ich habe mich überrascht. Hey, warte mal! Wie war's, Sakura-chan? Hey, wenn du dich um Kakashi-Sensei möchtest, hast du dich vorbereitet? vorbereitet? Das ist gut, aber... Was machst du? Trotz der Olympiade. Es gibt viele Möglichkeiten, aber es gibt viele Möglichkeiten, aber es ist... Matratzen im Olympiade. Ja. Das ist natürlich die Vorbereitung. Ich denke, das wäre nicht nur die Vorbereitung, aber... Aber es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist aber... Es ist gut. 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 Ganz kurz. Es ist命 animiert, eine ancescar Zone zu sehen. Ok, keinejacke. districts universistische Achso, eins. Erwachen ist nicht möglich. Okay. Bam, bam, bam. Jetzt ist das Raul. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Stirb, Sakura. Raul. Boah, das war ein perfekter Treffer. Oh, Schatz, hab ich das überstimmt gerade. Alles klar, das ist aufwendig. Mach ich das wieder. Okay, wofür wäre es? Ja, ich hab das mal komplett zu. Sollte es alterniert geklappt, Waha, das war das alles einfach zu jeder. Ich hab das noch nicht gehabt. Das ist da so wichtig. Das war wirklich schön. Abschluss von Ereignissen im ultimativen Abenteuer bekommst, bekommen hast auch im freien Kampf und im Online-Kampf verfügbar. Yo! Weiter! Das war ein Quickie! Sakura-chan ist sehr stark geworden. Du bist die Schwächere. Nee, ich bin auch Sakura-chan. Verlässet dich auf mich, jetzt soll ich mich ganz auf sie verlassen. Heute ist ja eine neue Ruhdruck-Folge rausgekommen. Muss ich auch noch gucken. Du bist die Schwächere.